Diese Sendung wird dir präsentiert von Grand Casino Baden und Jackpots.ch Parlez-vous plus mit Maximilian Baumann und mit Pascal Zuberbüller Ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte, wer kommt zu Gast in meinem Podcast? Kann eigentlich niemand wichtig sein, weil ich habe vergessen, das Erinnerungsmail zu schreiben. Pascal Zuberbüller, so geil, dass du da bist! Schön, dass ich hier sein darf. Ich habe gewusst, dass du mich vergessen hast und das ist wichtig. Aber das ist auch von deiner Grundeinstellung, da bist du schon arrogant, Maximilian. Aber das habe ich gerne, solche Leute ab und zu. Darum bin ich jetzt zu leicht hier. Apropos Grundeinstellung, vielleicht magst du dich nicht erinnern, aber ich bin mal sehr verschrocken ab dir, weil du sehr böse reagiert hast auf mich und ich konnte nicht checken, ob du weisst, wer ich bin und mich verarscht. Ich musste für Radio 24 eine Woche im Rollstuhl leben. Und ich bin an der Screen-Up mit dem Rollstuhl dort gewesen. Richtig, genau. Und bin mit dir Hallo sagen und habe ich dich verwirrt dort? Nein, ich musste mich konzentrieren auf meinen Satz, den ich erzählen muss. Ich bin voll im Tunnelblick hin zu euch. Ich bin nachher zum Gianni Wiler, der Sohn von meinem Götti, vom Gianni Wiler, und habe gesagt, Hey, der Zubi, der weiss schon wer. Nein, 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 nein. Dann hast du mich falsch wahrgenommen. Okay. Aber das ist ein paar Mal so, oder vielmals der Fall bei mir, dass ich ab und zu falsch wahrgenommen habe. Wirklich? Ja, das gibt es schon. Es gibt schon grosse, laute Stimme, tiefe Stimme. Duhrgauer-Dialekt. Ja, also krasse, also sicher auf jeden Fall krasse Erscheinung. Also vielleicht ein bisschen einschüchternd. Nein, nicht einschüchternd, gar nicht. Also ich bin der friedlichste Mensch, der es gibt. Ja, das schon. Aber weisst du, wenn du dich siehst, da… Du bist ja nicht klein, oder? Come on, du bist fucking 13 cm grösser als ich. 13 cm? Hast du ausgemessen, oder was? Nein, ich habe vorgeschaut, du bist 97. Ja. Und aufs Alter wird man auch kleiner. Von daher, vielleicht holt ich auch auf. Aber das Maul wird immer grösser. Ja, das stimmt. Hey, schauen wir schnell zurück. Warum Pascal Zuberbühler, weil ich dachte, ich muss jetzt mal wirklich Legenden einladen im Fussball. Wir hatten schon viele Fussballer da. Aber auch aufgrund meiner Verbundenheit von früher gegenüber dem GC. Und darum, dass mein Papi mir dich einmal gezeigt hat, in gewissen Restaurants, weil ich ihn auch erkennt habe. Und ich wirklich aufgeschaut habe zu dem Pascal Zuberbühler, wo man sich nur als Kind vorstellen kann, wie sich das anfühlt. Hat es mich sehr gefreut, dass du zugesagt hast. Absolut. Du warst der GC-Gohli, das weiss man. Du hast diverse Meistertitel geholt. Vier Meistertitel gehabt, insgesamt mit Mannschaften. Nein, sechs. Sechs. Und vier Gebsi. Und drei Gebsi. Das ist eine krasse Zahl. Das ist eine schöne Zahl. Und ich durfte eine schöne Zeit erleben. Ich durfte 21 Jahre lang Profi sein. Und durfte meinen ersten Profi-Vertrag bei GC unterschreiben. Und damals, mein grosses Vorbild, bin ich vom Thurgauer gekommen. Von Frauenfeld. Und dass du den Weg nach Zürich gefunden hast, in den 90er Jahren, das war nicht selbstverständlich. Zürcher bei Winterthur war fertig. Und der Rest ist alles St. Gallen. Okay. Aber dass ich dort zum besten Verein in der Schweiz gehen durfte, war natürlich eine wunderbare Sache für mich. Und ich durfte einen super Moment erleben mit GC. Es war eine wunderbare Familie. Es war ein super Klub. Der beste Klub dort einmal. Die Champions League. Auch das erste Mal in der Schweiz. Der Hype dort einmal. Und es war wirklich eine super tolle Zeit. Wie kam es denn dazu? Du hast beim Thurgauer angefangen Fussball zu spielen. Du hast im Thurgauer aufgewachsen. Ja, meine Eltern sind aus Frauenfeld. Und ich habe eigentlich, wie soll ich jetzt sagen, ich habe eigentlich angefangen zu shooten erst mit 15. Ah wirklich? Ich habe erst spät angefangen. Ich war vorne im Leichtathletik. Ich habe einen Fünfkampf gemacht. Und ich bin dort eigentlich ziemlich gut gewesen. Und das hat mir super gefallen. Aber meine Schulkollegen, die sind alle im Fussball gewesen. Und dann haben sie gesagt, hey Gott, komm zu mir bitte. Komm doch mal. Komm doch mal ins Fussballtraining. Ich habe gesagt, Fussball, Fussball, Fussball. Und einen Moment hat es gegeben. Ich habe immer gesagt, wenn ich in den Mannschaftssport reingehe, ins Fussball reingehe, dann möchte ich etwas spezielles sein. Und welche Position ist die speziellst? Der Goal. Stürmer oder Fussball? Vorher, möge es heckel, nicht möge. Ähm, pfff. Den Ball nicht getroffen, habe ich damals zum Goalschiessen. Ich habe gesagt, ich möchte ins Goal. Und bin von diesem Moment an gerade ins Goal gegangen. Und das ist für mich, ja, das ist die Position. Und die hat sich am meisten jetzt entwickelt. Ja, im modernen Fussball auch. Der Goal ist so wichtig geworden heutzutage. Seht man jetzt im Jahr im Sommer, oder? Absolut. Da sieht man bei allen Goalien, Top-Goalien im Moment, was da die Wichtigkeit von Goalien. Früher war ich immer der, hey, hebe die Bälle. Und der Rest ist nicht dein Problem. Aber ich finde das schön, wie man das sieht, die ganze Entwicklung. Und das war es damals, ich bin dann mit 15 ins Goal gegangen und von dort an nicht mehr raus. Ich war nicht ein Talent. Null Talente. Wieso hättest du in dieser Region bestehen können? Das war vom Kopf aus wie mir. Das muss ich wirklich sagen. Crazy. Wenn ich wieder einfach mit dem Kopf durchbugsiert habe. Ich habe immer gesagt, hey, jetzt gehst du ins Fussball. Ich konnte mal zum FC St. Gallen wechseln. Ich war dort im Probetraining. Da kam ich nach Hause. Das war während der Lehre. Ich habe Sprenglerinstallateur gelernt. Drei Jahre Bausprengler, ein Jahr Sanitär noch. Ja, da ist noch etwas gegangen. Ein richtiger Anpacker. Ja, ein Anpacker. Richtig. Ich habe in der zweiten und erste Liga gespielt mit Frauenfeld in dieser Zeit. Und dann konnte ich zum FC St. Gallen ins Probetraining, in einem Cup-Match gegen den FC St. Gallen. Da haben wir nur 2-0 verloren und es ist mir noch einiges gelungen. Dann ging ich ins Probetraining und dann hat es mich als Nummer 3 oder Nummer 4 ein. Ich kam, hey, Babi, Babi. Boah. Nummer 3, Nummer 4, FC St. Gallen. Du bist in der Lehre. Du machst schön die Lehre fertig. Wirklich? Logisch, logisch. Es gab gar keine Diskussion. Gut, aber es ging auch schnell. Wie alt war das denn? Dort hatte ich mit 19, 20. Also vier Jahre nach dem Fussfall. Und dann bin ich mit 21 zu GC. Und das ist der erste Profivertrag? Erste Profivertrag. Und GC hat ja nie gedacht. Der beste Verein in der Schweiz. Ganz klar die Nummer 1 in der Schweiz. Ich habe gedacht, ist das möglich. Die haben mir immer ein Spiel beobachtet, wo es mir irgendwie überall angeschossen sind. Und dann haben sie einfach gesagt, Erich Vogel, hey Subi, dich wollen wir. Nummer 2 hinter dem Martin Brunner. Martin Brunner war für mich das Idol. In dieser Zeit. Da habe ich gesagt, wow, okay. Die Eltern sagten, jetzt kannst du gehen. Und für mich war immer das Wichtigste. Ich habe gesagt für mich, Subi, du probierst es. Und wenn es nicht klappt, wenn es nicht herbringst, dann hörst du auf und gehst zurück. Und dann machst du die Meisterprüfung und das Geschäft auf. Also immer ein Backup-Plan. Das war für mich immer so. Und dann ging es 21 Jahre lang. Und dann habe ich erst mit 40 aufgehört in England bei Fulham. Also das ist auch noch krass. Es ist krass. Und nochmal. Also Fulham ist ein starker Klub bei der Premier League. Ja, aber das waren mit 37 bis 40. Das waren die letzten drei Jahre für mich enorm wichtig. Weil ich bin ein crazy, crazy guy gewesen. Wenn ich gewusst habe, ich will dort hören, dann habe ich alles gemacht, um dort zu kommen. Aber du kannst ja nicht anklopfen und sagen Hallo und nochmal anklopfen und sagen Hallo, sondern du musst ja mit Leistungen privieren. Ja, sicher musst du mit Leistungen bringen. Aber es hat sich dann so angegeben, dass ihr nachher bei Fulham mit 37 bis 40 war der Reu Hotzin. Er war dort Trainer. Und dann habe ich bei Zufall getroffen an der Euro 208 hier in der Schweiz und Österreich. Dann hat er gefragt, was machst du jetzt? Dann habe ich gesagt, ich weiss es noch nicht. Ich bin jetzt noch bei den Examen-Sondervertrag. Ich bin jetzt noch einmal überlegen, was ich machen soll. Ich habe mich noch fit gefühlt. Dann hat er gesagt, er bräuchte ich noch eine Nummer 2. Das ist ja fast Nummer 2. Ich möchte doch nicht. Ja. Das ist erst ein Jahresabschluss. Trottelicht. 37. Nein. Wer ist das Nummer 1? Ja, der Marc Schwarzer. Australischer Nazi-Gaali. Schon 15 Jahre in England, in der Premier League. Dann habe ich gedacht, ja gut, der ist stark. Und dann habe ich mich überlegt, was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Gut. Um oben runterzufahren und zu denken, komm, jetzt gehen wir mal den Terrain, greifen nochmal ein wenig an. Aber Marc Schwarzer war stark. Und dann bin ich jetzt Nummer 2 gewesen, habe ich ein Goalitraining übernehmen. In der zweiten oder dritten Saison bin ich Goalitrainer gewesen. Nummer 2. Plus noch bei Fulham einen Ersatz-Gaali. Das auch noch. Und hast du mal gespielt? Ja. Nein, gespielt habe ich nicht. Denn Marc Schwarzer hat die besten drei Jogger von der Saison. Das kann ich hier sagen. Der hat wirklich einen riesen Moment gehabt. Ein riesen... Jedes Spiel habe ich gespielt. Ich habe nur eines League-Coop-Spiel mit Fulham bekommen. Ah wirklich? Aber bei Sushimmo auf der Bank gesessen. Europa-League-Final. Ja, das Schicksal von einem zweiten, dritten, vierten Goli. Ja, aber es ist für mich, also ich sage Maximilian, für mich ist es das Grösste gewesen. Das Beste gewesen. Erstens Fulham, was für ein Verein. Ja, voll crazy. London, London, da muss man eh... Da darf man nicht zu lange reden, sonst rühren wir mal die Tränen. Ja. Weil das ist die schönste Zeit gewesen. Und dann habe ich schon so Step-by-Step ein bisschen oben herunterbauen. Und mich konzentrieren, fokussieren, was mache ich denn noch. Und bist trotzdem voll in diesem Teamgefüge drin gewesen. Absolut. Das ist auch noch wichtig für einen Fussballer. Und vor allem, ja, für einen Fussballer ist auch wichtig, nachher, weisst du, deine Planung, wie du schon vorhin angesprochen hast, was machst du denn noch. Das ist enorm, wenn du heutzutage Statistiken anschaust, wo sind Profi-Spieler, die 10, 15 Jahre haben profisieren können, oder 20 Jahre, wo kommen die her, wo gehen die her. Und das ist nicht schön, zu sehen. Du kannst es nicht anschauen. Es ist nicht schön, zu sehen. Und vor allem noch, Entscheidungsraten nach 5 Jahren, nach 5 Jahren, nicht mehr Profi sein. Ja, weil es ist natürlich nicht mehr der. Zubi, der Profi-Spieler ist. Nein, du bist immer zu Hause. Du bist immer zu Hause. Das ist vielleicht noch ein anderes Problem. Ja, das stimmt. Okay, zum guten Glück bin ich jetzt wie die FIFA und ich fliege auch viel umeinander. Sonst würde ich, glaube ich, auch nicht mehr so lange mit meiner Frau heiraten. Ich bin jetzt auch mittlerweile 23 Jahre zusammen mit ihr und fliege viel in der Weltgeschichte umeinander. Und darum ist es vielleicht noch gut, dass ich auch nicht immer zu Hause bin. Und bei FIFA möchte ich vorher noch die Weltmeisterschaft in Deutschland Ja, in Deutschland, ja. Kann man sagen, das ist so, neben Fullhem, wo du jetzt sehr überschwänglich davon erzählst, was auch verständlich ist, dass das so ein Schlüsselerlebnis war in deiner Karriere? Ich muss ja so sagen, Fullhem ist für mich persönlich ganz wichtig sein. Dass ich von meinem, von meinem Drive, wo ich nicht habe, habe ich jetzt immer noch einen Drive drauf, schön habe ich oben runterkommen. Und zum, zum auch nachher, mit 40 Jahren, nachher in die Wirtschaft mit reinsteigen. Wo möchte ich her? Was möchte ich machen? Und das ist für mich enorm wichtig gewesen. Sonst bei den Vereinen habe ich da, ob jetzt alles da bei Gietze oder bei Basel gewesen ist oder bei Neuschertrexamax, wo wir aufgestiegen sind oder jetzt bei West Brom oder bei Leverkusen. Das sind alles wunderbare Destinationen gewesen. Und ob es einmal schlechter gegangen ist oder nicht, das ist für mich nicht wichtig. Für mich ist es wichtig, dass ich daraus auch lernen und ich habe all die Möglichkeiten überkommen, an x Persönlichkeiten dürfen kennenlernen, Trainer und so weiter. Und das ist für mich sehr wichtig gewesen, dass ich das alles in meinen Rucksack mitnehmen für meine Nachkarriere. Und jetzt wie im 2.6? 2.0.6, das war eine ganz spezielle Phase, weil im 2.05 habe ich nicht gut gespielt. Ich bin nicht, es war nicht der beste Subi, den ich selbst weiss von mir. Kritiken sind gekommen. Ich habe mir dann auch mal erlaubt, das Mund aufzumachen vor der Kamera. Man hat irgendetwas mit ... ... ... Ja, ich weiss es eben nicht mehr, aber ich möchte mich erinnern, dass irgendwie ... Es hat ein legendäres Spiel gegeben. Gegen Zypern. Der Ball über mich über falsch berechnet, riesen Fehler. Okay. Aber wir haben nachher noch 3-1 gewonnen, aber das war nicht wichtig. Wir hatten über das Goal nachher, mit dem Zubi kann man nicht in die WM rein und so weiter und so fort. Ja und nochmal, ich habe dort nicht gut gespielt, in dieser Zeit. Ich hätte besser sein können. Ja, okay. Aber ich habe auch gewusst an der WM, der Köbi Kuhn, hat mir das Vertrauen gegeben und gesagt, Zubi, du bist meine Nummer 1 für die WM. Und das ist natürlich schon wichtig, wenn du einen Mentor hast, der dir den Rücken ein wenig schützt. Aber ich habe gewusst, jetzt bin ich der Schlammschlacht, der Medienschlacht. Ja. Und dann ist es losgegangen dort? Ja, dann ist es losgegangen noch nicht. Die Schweiz habe ich gespalten und ich habe gewusst, jetzt machst du die WM voll fokussiert, aber du weisst ja, zu viel fokussieren ist ja auch nicht gut, wenn du dich zu viel fokussiert auf deine Podcasts machst du auch scheisse Podcasts. Du musst diese gewisse Lockerheit noch finden, denn du kannst es ja. Und dann ist die WM gekommen und hat gewusst, jetzt musst du einfach zeigen. Jetzt musst du einfach die Schnorren halten und einfach liefern. Weil ein Fussballer, der darf die Schnorren aufmachen, es gibt nur einen Platz hier auf dem Feld. Ihr kommt ins Stadion, ihr zahlt viel Geld, ihr kommt schauen, die Expectation ist hoch. Du musst liefern. Du musst liefern. Fertig. Laufern musst du nicht. Und ich habe vorne gelaufen. Und dann habe ich geliefert. Kein Goal in der Gruppenphase? Wir haben keinen Goal bekommen. Wir haben einen Weltrekord und das ist schön, super gewesen. Wir hatten eine wunderbare Gruppe. Wir hatten eine riesige Mannschaft. Es war cool, aber trotzdem ausgeschieden ohne das Gegengoal in der regulären Zeit. Du hast 0-0 in die Verlängerung gegangen, dann im Achtelfinal? Im Achtelfinal, dann ducken und dann Penaltyschüsse und dort sind wir ausgeschieden. Dort hast du den ersten noch gehabt. Ja, den habe ich noch geweckt gegen Shevchenko. Aber vielleicht wäre besser gewesen, dass ich ihn vielleicht nicht gehabt hätte. Ich weiss nicht. Was geht da? Weil die Spieler, die nachher kommen, es ist der erste Penaltyschüsse gegen mich. Superstar von der WM. Und jetzt sind wir eigentlich schon 1-0 Führung, wenn ich jetzt als Schütz den Ball schon rein tue. Vielleicht ist der Druck noch höher geworden, aber Penaltyschüsse ist Penaltyschüsse. Aber wie bist du dort? Wie hast du dort entschieden? Was? Du musst ja in einer Millisekunde entscheiden als Fussballgoal. Gehst du Spekulationen oder gehst du aufs Zeichen? Nein, im 2-0. Bei diesem Penaltyschüsse war von Anfang an klar. In diesen Jahren hatten wir schon deine Schützen im Kopf. Die Goalitrainer haben ja damals schon eingestellt. Ich habe jeden Schütz angeschaut. Schäfchenko aber normalerweise schiesst er sie auf die andere Seite. Und ich habe gewusst ich gehe auf meine Linkseite. Dann läuft er an, ich gehe auf meine Linkseite. Dann warte ich so lange wie möglich, ich gehe auf meine Linkseite. Aber irgendwie im Bauch hat es gesagt, gehe auf die Rechte. Ah wirklich? Ja, und dann konnte ich switchen und dann war es schön, wenn du einen Penaltysch hast. Aber nochmal, bist du nach Hause gekommen, kein Gegengroal bekommen? Und dann ab und zu denkst du wieder, warum bist du jetzt überhaupt zuhause? Was schaust du jetzt das Viertelfinale, Halbfinale und Finalspiel an von dieser WM, wo du keinen Gegengroal bekommen hast? Und das war schon nicht so einfach zum Verarbeiten, rein vom Mentalen her. Aber nochmal, wir hatten eine wunderbare Zeit. Es war eine riesige Qualifikation. Wir hatten noch so ein Wahnsinnspiel in der Türkei. Paraspiel war dort noch dass wir an die WM konnten. Ist das ein total crazy Spiel? Das müssen wir jetzt auch nicht reden. Schade, schade, wirklich, es war ein crazy Spiel und hat eigentlich nichts mit Fussball, was da und da rum abgegangen ist. Weißt du, wo habe ich das schockt? Am Zürichsee hatte es ein Publikum, wo es auf einem Floß die Linwand hatten. Das gab es nie mehr und das Spiel ist dort passiert. Im Wasser war es da drin. Ja, nein, es waren ja Eskalationen untereinander. Es war nicht schön. Es hatte nichts mit Fussball zu tun. Ich liebe die Türke. Ich habe viele türkische Freunde und ein wunderbares Land. Ich habe dort zum Schutten wunderbar, aber es hat nichts mit Fussball zu tun. Es wird auch nie mehr aus der Erinnerung vom Fussball-Fan. Jedes Mal, wenn die Schweiz gegen Türkei spielt, sagt man jetzt, es ist ein Problemmatch. Du kannst auch alle Spieler fragen, die dort involviert waren. Das geht nicht mehr raus. Ja, ja. Ich habe mit dem Beni ihn nicht so lustig gefunden. Schade. Das ist 206. Jetzt ist irgendwann mal die Karriere zu Ende gegangen mit 40 und eben der Gameplan ist ja mega wichtig im Spiel, aber auch wichtig im privaten Leben. Während des Spiels habe ich das Gefühl, ist es auch logisch, dass man den Gameplan etwas verliert. Man schwebt ja auf einer Wolke, die einfach durchgeht und man ist weit ausgehend fremdbestimmt. Und plötzlich kommt das und ich kann die Kollegen, die aktiv sind, nicht nur im Fuss, aber auch im Hockey. Die fragen ich immer, was machst du, wenn es vorbei ist? Und mega oft sagen sie, dann kann ich chillen, weil verdient habe ich ja genug. Und dann sage ich einmal, das wird schwierig. Das gibt auch Statistik, weil das verdient ist je nachdem, wie es einsetzt ist, ist dann auch nicht mehr. Ja, da gibt es viele Beispiele von Guys, die viel verdient haben. und du hast dann gesagt, jetzt gehe ich in die Privatwirtschaft und mache da mein Ding. Nein, ich habe gesagt, du, am Anfang mache ich da einmal die Goalie-Lizenz, die es damals gebraucht hat. Goalie-Trainer, dann war ich noch kurz Goalie-Trainer bei IW mit Christian Gross zusammen. Dann hatte ich die Möglichkeit zu Servet Genf zwei Jahre und dort einfach lernen. Lernen, was heisst, Verträge auszuhandeln, Verträge zu machen, Team aufzubauen, Spieler rauszubringen, Spieler zu fördern, Akademie, erste Mannschaft. Und dort ist zwei Jahre lang habe ich extrem viel lernen und das ist eine super lehrreiche Zeit für mich. Und auf das Mal kam mein Telefon über von Derby-County, von einem englischen Trainer, der sagte, er will mich gerne seinem Staff haben. Ich bin Derby-County als Goalie-Trainer. Also das war für mich ein Kompliment an er, dass er ein Schweizer... Welcher Verein ist das? Derby-County. Das ist? In der Mitte von England, das war das Championship und die wollten extrem angreifen, um in die Premier League hinaufzukommen. Ein wunderbarer Verein, da war ich zwei Jahre. Dort haben sie, in den zwei Jahren hat er, der Besitzer, Mel Morris, viermal den Trainer ausgewechselt. Mit seinem Staff. Aber jedes Mal hat er gesagt, du bleibst. Das war für mich ein Kompliment. Nach diesen zwei Jahren habe ich dann Gianni Infantino getroffen, in Brigopen, wo er noch ein riesiges Turnier hatte. Dort bin ich eingeladen mit einer Schweizer Selection eingeladen. Dann hat sich das so gegeben. FIFA, Weltfussball, wow. nochmals im Fussball dabei, aber wir reden vom Weltfussball. Ich bin ja privilegiert. Aber total unkritisch? Für mich absolut unkritisch. Wieso? Für mich ist, erstens einmal, ich komme vom Technical, ich komme vom Platz, ich komme vom Fussball. Okay. Ich sehe mittlerweile, wir können ja noch ein neues Thema hin, ich sehe, was FIFA macht, ich sehe, wie viel wir investieren, um den Weltfussball zu fördern. Und zwar den Weltfussball. Nochmals, ich bin privilegiert, dass ich darf, oder wir sollten privilegiert sein, um zu wissen, wir sind in der Schweiz geboren. Das ist, oh mein Gott, das ist unglaublich. Und das merke ich, je länger ich jetzt auf der FIFA bin und umeinanderreise auf der ganzen Welt und sehe, was die Länder eben nicht hat. Wir töten einen Spieler scoutet. Wir töten einen Jungen, boah, schau mal, der Junge ist. Das ist ein Riesentalent. Den müssen wir fördern. Den müssen wir trainieren. Den müssen wir Facilities haben. Den müssen wir rausbringen. Den müssen wir eine Karriereplanung machen. Die haben gar keine Möglichkeit. Und das ist jetzt, seit zwei Jahren, ich arbeite mit Marsen Wenger zusammen in der FIFA. Das ist ja ein anderes Privilege, den ich habe. Und da haben wir jetzt ein neues Programm und ich sehe genau, was da investiert wird, wie viel investiert wird. Und nochmal, ich bin stolz zu FIFA-Mitarbeitern. Ich kann das so sagen, komplett unkritisch. Ich darf an jedem Turnier dabei sein. U17, U20, Frauen, Männer, Senior Level, an den WM. Und dort bin ich verantwortlich in der Technical Study Group. Den Fussball beobachten. Den Fussball rausbringen. Den Fussball in die Welt übertransferieren. Und jetzt mit einem neuen Programm mit sehr viel Geld verbunden. Mit sehr viel Geld verbunden. In den Ländern. Die Möglichkeit, Kinder zu geben. Jugendliche zu geben. Ein Talent rauszubringen. Und das ist ein neues Programm mit Marsen Wenger. Und darum sage ich dir, ist das eine fantastische Situation für mich. Also kann man sagen, weil du es sagst, aus der spielerischen Sicht. Absolut. Dein Job ist der. Und du konzentrierst dich auf das und das, was rundherum passiert. Das ist wie nicht deine Geschichte. Ja, ich weiss, was du meinst. Ich weiss, was du meinst. Ich weiss, was du meinst. Nein, ich wollte dich nicht angreifen. Nein, nein. FIFA ist für viele gerade Oh mein Gott. FIFA. Oh mein Gott. Sei Plato. Gian Infantino. Oh mein Gott. Das ist überall. Überall wird nur negativ hineingommen. Negativ, negativ, negativ. Könnt ihr sagen, ich könnte so viel in den sechs Jahren, in denen ich jetzt bin, ich könnte euch so viel Beispiele bringen, was wir Gutes gemacht haben in der FIFA. Ja. Wie viel Geld wir investiert haben. Die FIFA, die einzige Einnahmenquelle, by the way, von der FIFA, ist was? Eine WM. Ja. Alles andere. Frauen-WM. Und 17, und 20. Das ist alles nur Ausgaben. Wirklich? Nur Ausgaben. Ah, gut. Weil natürlich nicht genug Einnahmen herst, um das zu können. Okay. Wir alle vier Jahre kommen mit diesen Einnahmen hin. Und das ist etwas, das ist ein Privileg. Für mich, dort können sie dabei sein. Ja, klar. Um den Weltfussball zu fördern, zu pushen. In den letzten vier WM, wenn du das so anschaust, das ist auch noch interessant, ich hatte nur immer ein Team von Halbfinalisten, und die Halbfinalisten, und die Finalisten waren nur Teams aus Europa und aus Südamerika. Und sonst kein anderes Team. Jetzt an dieser WM war das erste Mal die afrikanische Mannschaft wieder einmal dabei, mit Marokko. Aber unser Ziel ist ja… Unser Ziel ist ja… Unser Ziel ist ja… Gewaltig. Und man sieht, wie sie Freude haben, wie sie leben, was sie für den Fussball machen. Das ist genial. Und dort knüpfen wir an. Und dort wollen wir den Fussball jetzt weiterbringen. Wir wollen auch mal, dass ein Team von Nordamerika eine Chance hat. Wir wollen auch ein Team von AFC. Ich schaue mal, dass die Schweiz eine Chance hat. Das kommt. Das kommt. Wir haben die Möglichkeiten. Wir haben doch den hervorragenden Spieler. Ja, und einen hervorragenden Trainer, finde ich. Wir haben den besten Trainer, ganz klar. Aber wir haben doch super Spieler und wir bringen doch super Spieler raus. Aber das ist in Europa allgemein der Fall. Wir sind in Europa fantastisch ausgebildet. Wir geben jedem Talent, wir gesichtet, rausgebracht, den Post. Wenn man sich mal vorstellen, Afrika, wie viel Talent gibt es in Afrika? Ja, unzählige. Unzählige. Man meint, wie viele haben die Möglichkeit, irgendwo sie zu zeigen? Ja, eben auch mit nichts. Darum gibt es auch im Outback dort sehr viel. Und darum weiss ich, nochmal schnell zurückkommen, wir müssen jetzt auch nicht eine FIFA-Sendung machen, aber darum weiss ich, was es heisst, die FIFA dürfen ziehen und wie viel Geld das FIFA investiert für solche Sachen, um die Spieler rauszubringen. Und das ist fantastisch. Ich bin der Meinung, es gibt viele Sachen, die die FIFA richtig und gut macht. Aber, das können wir auch so im Raum stehen lassen, ich verstehe auch deinen Punkt, weil das ist das, was dich interessiert. Du bist da zum, du hast für dich eine Mission und die ziehst du durch in der FIFA. Ist das nicht mein Ding, ins Politische zu gehen? Es ist nicht dein Ding, ich verstehe das ja absolut. Nein, das ist nicht mein Ding. Für was sollte ich mich ins Politische reinstellen? Absolut. Ich stehe für das da, wo ich weiss, wo ich dahinter bin. Das ist mein Part. Und ich darf immer noch, immer noch, jetzt nach so vielen Jahren Fussball, ich bin immer noch im Fussball tätig. für die Goaliausbildung, für den ganzen Fussball im Allgemeinen. Also, das ist ein Traum für mich. Es ist ein Traum. Ein einfaches Beispiel ist zum Beispiel, Leute, die bei Nestle arbeiten und sich für die Förderung von Drittweltsländern einsetzen, im Namen der Nestle. Die sagen, mein Auftrag ist, das zu fördern. Und, dass die rundherum so viele Fehler machen, das ist wie nicht mein Problem. Und Fehler passieren ja überall. Wir sind nicht perfekt in der FIFA. Eben, nur zum klassen, dass du nicht findest, es ist alles gut, was da passiert. Du sagst einfach, ich konzentriere mich auf mein Kernbusiness. Ja. Aber trotzdem abschliessend noch, es ist nicht alles schlecht, wenn man die FIFA macht. Weisst du, man liest ja nur, von FIFA liest man ja nur das Negative. I am gay. Zum Beispiel. man liest nur das Negative. Ja, logisch. Also, warum bringt man nur das Negative raus? Warum? Das Negative ist einfach Spannender. Ja, Spannender. Das sind die, die Leute kaufen und lesen. Darum mache ich ja einen positiven Podcast. Weil mich das auch nervt. Weil mich das auch nervt. Darum bin ich auch bei dir. Also, wir sollten beides sehen. Wir können ja kritisch hinterfragen, es ist auch ein Job. Aber wir sollten dann aber auch das Gute sehen und das rausbringen. Aber das wird dann zuerst in meinem Leben nicht gelesen oder nicht geschaut. Etwas, was mich viel mehr interessiert, in deiner Funktion bei FIFA. Ich folge dir. Folgst du mich eigentlich auf Instagram zurück? Oder musst du dich dort ein paar um die Ohren hauen? Da haben sie gelernt, wie das geht. Mit den Leitern. Ich weiss nicht, wie das genau geht. Aber ich bin dabei. Also, ich folge mir nachher selber für dich, dass du einfach ein bisschen abzudepp bist, was dein Zögling da macht. Ich war ein grosser Zubi-Fan früher. Und immer noch. Du chillst jetzt hier umeinander mit riesen Fussballgrössen. Nicht chillen. Ja, aber nein. Man sieht dich so mit Jürgen Klinsmann und so. Mit all denen bist du jetzt voll Buddies. Ja. Das ist für mich, als ein Kind aus dieser Fussballnation, die dich noch als aktiver Profi erlebt hat, ist das schon noch speziell. Das ist nicht nur für dich speziell, das ist auch für mich ein Traum. Sehr crazy, oder? Ich darf mit der ganzen Welt, mit den Grössten, die den Fussball über xx Jahre geprägt haben, und ausgebildet haben und dorthin gebracht haben, wo er jetzt ist, in dieser Zeit. Mit denen, mit denen darf ich zusammenarbeiten. Mit denen bin ich in Kontakt. Ich darf ... Ja, es ist ein Traum. Es ist für mich auch ein Traum. Klar ist immer wichtig, auch wie du dich gibst. Klar ist auch wichtig, mal ein Idol gesehen von früher, das ist das eine. Aber es kommt darauf an, was du daraus machst, wo willst du hin? Was gibst du denen einfach das Gefühl? Weil ... Ich habe noch mal einen wichtigen Punkt, und das war in England, wo ich noch gespielt habe. Da hat mir mal ein Trainer gesagt, ähm ... Be humble. Das bringt dir so viel. Und das Be humble, auf Deutsch übersetzt, ist extrem schwierig. Aber ich finde das so einen guten Ausdruck. Und das ist bei mir so da rein. Be humble mit den Leuten. Ich liebe es, mit Leuten zusammen zu sein. Ich liebe es, neue Leute zu lernen, die ich noch nie gesehen habe. Ja. Ich finde das fantastisch. Ich habe ein wunderbares Netzwerk. Und das Netzwerk geht eben ... ... um die Welt herum. Und das ist etwas, das ... ... kann man niemand mehr nehmen. Und ich liebe das. Und ich finde das wunderbar. Ich bin die ganze Zeit unterwegs, fliege extrem viel ... Die Frau hat sicher auch Freude, wenn du ein wenig weg bist, oder? Eben, darum sage ich. Darum sind wir vielleicht noch zusammen. Es tut ja gut in einer Beziehung. Es tut auch gut. Es ist so eine Covizide, in der du zuhause gefesselt bist. Wir sind ... Nein, das hätte es nicht gegeben. Ich bin während ... Ich arbeite auswärts. 23 Jahre lang ... äh ... 23 Mal ... ... sind wir zusammengezogen, by the way. Was? 23 Mal. Ja. Immer in so Luxushütten? Oder auch bescheiden? Nein. Eine ganz bescheidene, kleine Wohnung in London. In London. Okay, immerhin. Ich bin ja nie zuhause gewesen. Ah, ja. Ich bin ja gut unterwegs gewesen. Nein, ich habe 23 Mal gezügelt, und das ist ... Und ich bin, glaube ich, zweimal dabei gewesen, da habe ich geholfen. Der Rest ist sie. Unlucky. Ich bin immer unterwegs gewesen. Hey, man entscheidet sich auch für ein Leben mit einem Fussballprofi an seiner Seite. Genau. Aber du, das ist natürlich Gold wert für mich. Weisst du, wenn du so eine Frau hast, die das akzeptiert. Ja. Und sie sagt jetzt mir, hey, go, go for it. Hey, mach's. Haben die Kinder? Ja, mein Kind. Zwilling. Das ist wahrscheinlich auch noch zu der aktiven Zeit, oder? Nein. Ich war der, der in der aktiven Zeit immer geblockt hat. Das war nicht so schön. Ja, aber verständlicherweise ein bisschen. Nein, mein Kind war wieder ich. Hast du die Sommerdokumentation gesehen, wie viele Mal seine Tochter wirklich sieht? Ja, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Ich bin dann schon da für Kinder, wenn ich da bin. Das schon. Aber sie wissen es auch, wenn ich wieder unterwegs bin. Gut, letztens hat mir der Sohn gesagt habe, am Abend wir ihn ins Bett bringen. Er hat gesagt, Papi, wenn du mit den Fiefen unterwegs bist, dann sieht man dich immer auf FaceTime. Ich habe gesagt, ja, was willst du mir jetzt sagen? Dann sagt er, ja, aber wenn du da bist, sehe ich dich gar nicht. Dann sagt er, ja, das ist ein Moment. Er hat die Schlagfähigkeit vom Vater fix. Achtung, da sind Momente, wo du dann, da musst du aufpassen, jetzt muss ich wieder ein bisschen ändern. Aber dann bist du mit wie alt Vater geworden? Ich bin mit, äh, jetzt ist eine gute Frage, äh, sie werden jetzt neun, äh, mit äh, 42, 43. Ja. Und äh, wir haben Glück gehabt. Wirst du jeweils viele Kollegen von mir mit 43 werden als Vater? Ja, wir haben Glück gehabt, dass wir das noch hergebracht haben. Ja, und ich verstehe den der Gedanke absolut, dass man sich sagt, ich will einfach nicht eine aktive Fussball- Profikarriere führen, wenn ich nur, äh, das Kind Aber das ist doch egoistisch. Wieso? Nein, Fussball- Profikarriere ist eh egoistisch. Ja, aber du musst auch auf die Frau schauen. Ja, aber Fussball, also magst du dich erinnern an Kubilent-Türkimatz? Ich meine, mit dem hast du zusammen gespielt, oder? Magst du dich erinnern an seinen Satz? Was hat er gesagt? Er hat doch gesagt, zuerst kommt der Fussball und dann kommt die Frau. Irgendwie ist völlig in der Kritik gestanden, dass er... Ich behaupte, ich mag mich erinnern daran. Ehrlich? Das weiss ich wieder. Ich finde, Fussball-Profi sein per se ist sehr etwas Egoistisches. Also, es ist ein Teamsport, aber auch im Team ist es immer noch sehr egoistisch. Ja, logisch. Du würdest stuttern. Als Goalie oder so. Das sieht man jetzt auch in der Dokumentation über die Schweizer Nazi bei dieser Goalie-Frage. Ja. Koppel, Omlin oder Sommer. Wo ich übrigens den Omlin total geil finde und alle sagen, das kann doch nicht sein, dass der irgendwie Fussball-Goalie will und solche Ambitionen hat. Aber der hat riesen Talent. Oh mein Gott. Überragend. Und es ist doch auch geil, dass er sagt, ich habe auch noch ein Leben neben dem Fussball. Ja, ja. Das hat Jan auch. Jan hat auch ein Leben neben dem Fussball. Ja. 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 Das ist die Maschine. Das ist die Maschine. Der geht, der geht. Auch mit dem Kopf gerade durch. Aber das ist hervorragend, denen drei Goalie zuzuschauen. Mhm. Aber dann haben wir noch andere Goalie. Philipp Kömp in Salzburg haben wir auch noch ganz gute Goalie. Ja, er kann die wählen. Mit dem Fogel haben wir auch noch riesen Goalie. Und hinterher warten noch andere. Und das ist ja schön, zu sehen, wie die jungen Kids, wenn ich schon mal auf den Fussballplatz, wenn ich meinen Jungen wieder sehe, beim FC Valisele, dann sehe ich dort die Kinder, die Goalie Leibchen haben. Hat es ja früher nie gegeben. Früher als Goalie Leibchen anlegen. Ja, heute sind es auch mega Stars. Ja, aber es ist doch mega. Super. Auf das wollte ich jetzt noch zu sprechen kommen. Und zwar die Sommer-Episoden. Also die Karriere von diesem Jan Sommer, die, man kann sagen, sehr aussengewöhnlich ist, was er leistet. Und mich nimmt es Wunder, jetzt gerade in dieser Diskussion mit dem Neuer, Manuel Neuer, Skiunfall, jetzt kommt der Sommer, wo die Verhandlungen sehr lang gegangen sind, wahrscheinlich aus Gründen, weil er sich absichern wollte. Jetzt hat er einen Match gehabt, wo er einen reinlässt, wo aber jeder reingelassen hätte wahrscheinlich. Und dann kommen die Gerüche schon wieder, aber er wird es eins bleiben wie München. Also die Situation von Jan Sommer, da müssen wir nicht gross rundherum reden. Das ist ein aussergewöhnlicher Goalie. Ausnahmetalent. Was er drauf hat, wie er ist, mit den Füssen links Fuss, rechts Füssen, mit seinem Timing, mit dem Ball lesen, wo er noch herkommt. Muss ich das Goal verteidigen? Muss ich den Raum verteidigen? Er ist ein absolut cleverer Goalie, der das Feeling hat. Also das Paket ist überragend. Und darum hat Bayern München auch geholt. Ob jetzt die Verhandlungen lang gegangen sind, das wissen wir jetzt nicht. Das weisst du nicht, das weiss ich nicht. Das ist vom Agent, wie ist das gegangen? Meinst du nicht, dass es darum ging, er ist um Reisen zu Schunter nicht? Nein, das glaube ich nicht. Aber was klar ist, und das weiss ich, der Deutsche wird immer den Deutsche Goalie unterstützen. Bei Umfragen war es ganz anders vor dem Stadion. Manuel Neuer, ich habe das letztens im Fernsehen gesagt, Manuel Neuer darfst du nie vergessen, das war ein Weltgoalie. Manuel Neuer hat eine neue Zeitepoche hinein gebracht. In 2014, wenn du dich erinnern kannst, wie in Brasilien, wie der hoch gespielt hat. Alle sagten, was macht er dort vorne? Wie hoch spielt er als Verteidiger? Das war er. Aber brutal. Und wenn er alles erreicht hat, fantastisch, ein absoluter Top-Goalie. Wollen wir nicht diskutieren. Ob er die letzten 2-3 Jahre immer noch so gut war, da kann man jetzt einmal das Vorgezeichen. Aber jetzt ist doch klar, jetzt kommt der Schweizer zum besten Verein in Deutschland. Und sagen wir nicht, dass die Deutschen super happy sind, dass er so viele Schweizer Goalie dort in den Top-Vereinen spielt. Drei, glaube ich, oder? Ja, aber früher waren es vier Goalie. Sagen wir nicht, dass die Deutschen Goalie-Trainer-Ausbildungen oder Goalie-Ausbilder oder was auch immer, dass die sagen, hey, super geil, wir haben vier Schweizer Goalie hier in unserer Bundesliga. Das geht's doch gar nicht. Die drehen durch. Das ist doch etwas, wo sie sagen, hey... Das ist ein Schande. Ja, so. Hart betitelt. Aber darum... Ich meine, kleine Schweiz bringt deine drei Goalie. Genau. 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 Aber... Qualität Goalies. Ja. Das muss man sagen. Da muss man auch einen grossen grünen Haken machen bei unserer Goalie-Ausbildung, Goalie-Trainer-Ausbildung. Das ist hervorragend. Aber nochmal zurückkommen auf die Situation Sommer, Neujahr. Jetzt, der Neujahr muss zuerst fit werden. Ich weiss nicht, wie fest, dass er verletzt ist. Das weiss man ja. Ich glaube, niemand weiss das richtig. Aber das ist etwas komisch, wie man es eben nie, wie man es nicht richtig weiss. Was klar ist, er macht alles, er macht alles, dass der Neujahr die EM spielt im eigenen Land. Das ist ihm sein grosse Ziel. Ja. Da wird er alles machen. Ja, und jetzt, schützen sie mehr Bayern München denn den Sommer oder schützen sie mehr denn den Neujahr, wenn er wieder zurückkommt? Ja. Das liegt ja auch auf der Hand. Und das ist einfach brutal. Und darum sage ich jetzt einfach... Das steht offen im Raum. Das steht offen im Raum. Aber ich sage, im entscheidenden Moment dann wird es brutal hart werden. Für Jan. Er muss einfach Leistung bringen und er muss dort weiterspielen, wo er aufgehört hat. Und dass die Kritiken kommen, ist logisch. Oh, der Neujahr hätte diesen Ball gehabt. Ja, der finde ich einen Scheiss. Der andere hätte diesen Ball gehabt. Sagt man dann bei einem Safe vom Jansommer, ja, der Neujahr hätte ihn nicht gehabt. Nein, hört auf mit dem Scheiss. Aber das wird kommen und da muss er jetzt durch. Und das wird nicht eine einfache Zeit werden für ihn, da bin ich sicher. Falls ihr zu Hause jetzt findet, es ist so schön, um die Zubi zuzuhören, dann könnt ihr das machen. Du bist nämlich Sportexperte bei MySports und tust dort... Was bin ich? Na, 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 na... Wie heisst der Sender? Ja, was, wie heisst der Sender? Wie heisst der Sender? Wenn der Fussball diskutiert wird mit den Besten. Blutsport. Nein, das kann ich natürlich nicht machen. Das kann ich natürlich nicht. Das kannst du genau machen. Den musst du bringen. Im besten Sender, wo die besten Experten sitzen. Ja, genau. Könnt ihr ihn schauen. Und ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Es ist leider schon... Also, wir haben massiv überzogen. Sorry, tut mir leid. Jetzt müssen wir das wieder runter schneiden. Dann können wir den ganzen Teil, ich weiss auch nicht, ich kann eigentlich nicht rausschneiden. Es war schon alles spannend. Das musst du entscheiden. Danke dir. Danke an euch. Es hat mega gut gemacht, mit dir zu quatschen und meine Kindheitserinnerungen zu teilen. Danke auch. Cool gewesen. Und macht einen guten Job, muss ich sagen. Danke vielmal. Parlez-vous plus wurde dir präsentiert von Grand Casino Baden und Jackpots.ca.